Wie sind wir eigentlich? Da gibt es, glaube ich, keine Flügel. Und da kann man sehr weit springen. Ich höre da gar nichts. Bumm, bumm. Hm. Warte ich nicht. Vielleicht auch vieles. Es gibt schon ein bisschen Geräusche. Zum Beispiel, wenn die Sterne auf die Erde füllen, gibt es schon ein paar Geräusche. Dann hört sich das manchmal so ein bisschen. Leiser. Leiser. Am Meer höre ich und das Rauschen und viele Leute, die da reden. Da hört man nichts. Ganz leise. Es rauscht dann. Und die Wellen. Und die Muscheln rauschen auch ein bisschen. Und die Klappmuscheln die machen immer Klapp. So. Man hört da fast nichts. Es ist überhaupt gar nicht schlimm. Ich hab's erst einmal gemacht. Jasmin. Ach gut. Vielleicht hast du das gar nicht mal gemacht. Beim Papa gucke ich. Ich grüße meine Freundin immer. Oder manchmal. Ich weiß ja nichts mehr. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe.